Wo sind wir? Da sind wir. Costa del Sol. Ah, ich will da rein. Äh. Was ist das denn für ein Typ? Hi. Toll, so ein weiches Bett. Bett wird groß geschrieben. Bett wird groß geschrieben. Hm, nur noch ein bisschen. Nee, du musst raus. Wir brauchen Platz. Wir müssen auch irgendwo liegen. Eine Bar. Echt? Können die alle sich nicht mal irgendwas anziehen? Ich meine, ja. Es ist warm. Aber trotzdem. Hey, ich dachte, du würdest mal reinschauen. Das sind ein, zwei, vier Fische insgesamt. Nicht schlecht. What? Ich hab gar keine Fische. Ich will nur hier irgendwo rasten. Nein, Cloud. Ist nicht langweilig. Ein wenig schon. Das ist doch okay. Ich erwarte einfach zu viel. Hä? Worum geht's? Uh. Jetzt können wir zelten. Wir brauchen neue Zelte. Und speichern. Und dann gucken wir uns erstmal in der Stadt weiter um. Oh, wir sind mittlerweile Level 18. Das ist super. Ja, ja. Wir gehen noch einmal ganz kurz zurück an der Bar vorbei. Ah, okay. Badesol. Noch eine Bar. Okay. Okay. Was genau machst du da? Nein. Was ist mit dir? Hier bist du es wirklich? Wir waren beide Soldier und dabei als Kinderfreunde. Du warst so ein Playboy. Und ein Schmörder. Warum kann ich mich nicht an deinen Namen erinnern? Wer bist du? Ich bin Cloud. Stimmt, lange nicht gesehen. Erinnerst du dich an mich? Wir machen einfach weiter so, als würden wir uns nicht kennen. Ich fange in dieser Stadt ein neues Leben an. Mit uns ist viel geschehen. Hier, ich wollte mit meinem Mecker aufhören. Ich beneide jedenfalls alle, die im Freien mit dem Himmel als Dach leben. Das tut mir leid. Er hat in letzter Zeit einiges eingesteckt und ist ziemlich fertig. Ich kenne ihn nur vom Remake, da ich diesen Teil ja hier kaum kenne, leider. Ich spiele ihn ja jetzt das erste Mal. Ich kenne ja nur die Story drumherum aus. Den Film Playthroughs und so. Aber diesen Teil hier habe ich mir noch gespart. Toll, wenn ich eine hübsche Aushilfe kriege. Haufen. Was ist denn Versiegelung? Wiederbelebung. Oh, jetzt habe ich einfach gehandelt. Ups. Kälte, Gewitter. Nein, das haben wir alles. Tschüss. Was ist das? In. Oh, ein... Oh, oh. Was, oh, oh? Hm. Barret, was ist los? Marlene. Alles okay? Marlene? Papa, geht an, wenn er sich besucht. Redet der gerade... Redet gerade mit sich selbst? Barret? Hallo? Geht's dir gut? Oh, ich fühle mich furchtbar. Oh, du. Du hast mit dem großen Matrosen zusammen, stimmt's? Was ist los? Hört dir das an? Plötzlich stürmt dieser riesige Matrose hier rein. Ich dachte, er hätte sich umgezogen. Und besetzt das Klo. Jetzt ist er schon die ganze Zeit da drin und stöhnt. Oh nein. Der Schelmler Böses aber denkt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Falls du einsteckst, würdest du dann bitte auch seine Rechnung zahlen? Nö. Geht's dir gut, Barret? Ihr klaut noch so früh, oder? Was jetzt? Rechts jetzt? Sondern Gilb pro Nacht. Ich will aber noch gar nicht. Bist du sicher? Besuch uns wieder. Ja, ja. Mach ich. Barret? Vermisst er vielleicht seine Tochter ein bisschen zu sehr? Was ist denn hier? Ah, warum frage ich denn so ein Blöd? Oh, Cloud. Hey, sieh dir das an. Hm. Ocho? Das ist nicht Hocho, oder? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Der Mann da drüben, ist das Hocho? Geh rüber und sprich mit ihm. Nein. Was macht er hier überhaupt? Warum hab ich denn jetzt nicht die Hand hier? Mädels, mach mal Platz. Ich will mit Hocho reden. Gott, was willst du? Ich will mit ihm sprechen. Hey, was denkst du, wer du bist? Professor Hocho, dieser schreckliche alte Mann sagt, er will mit dir sprechen. Alte Mann? Hocho ist doch bei weitem älter als ich. Ich bin beschäftigt mit den Mädels, aber schade. Ich geb dir gleich Beschäftigung. Mann, warte, ich erinnere mich an euch. Hey, ja, jetzt erinnere ich mich. Es ist lang her, Cloud. Ach, er erinnert sich sogar an unseren Namen. Happy Birthday. Oh, so. Manchmal muss man einfach Dinge wie dies tun. Da schwimmt einer unten her. Was tust du? Seht ihr denn nicht? Ich bräune mich. Angezogen. Oh, bitte lass das nicht im Remake. Bitte, 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 bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Das sind gerade Bilder, die will ich nicht sehen. Gott, das will ich gerade nicht. Nein. Antworte mir. Ich glaube, wir haben beide das gleiche Ziel. Weeführer. Hast du ihn gesehen? Ja. Ich verstehe. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Was ist? Nichts, ich erinnere mich gerade nur an eine bestimmte Hypothese. Hypothenose? Hast du nie das Gefühl, dass du von etwas gerufen wirst? Oder dass du an einem bestimmten Ort gehen musstest? Ich gehe hin, wo immer Sephora sein Unwesen treibt, um ihn zu schlagen und allem ein Ende zu machen. Ich verstehe, das könnte interessant sein. Warst du Soldier? Möchtest du mein Versuchskanier hier sein? Vergiss es. Oh, was ist denn jetzt? Du ziehst dein Schwert? Fick dich, Alter Mann. Fick dich. Er ist fertig beschimpft und jetzt fängst du auch an. Klaut nicht. Wenn er stirbt, finden wir nichts raus. Aber er provoziert mich. Können wir nicht irgendwas anderes machen, was ihm gar nicht gefällt? Was ist... Oder so für ein Typ, was könnten wir machen, was ihm gar nicht passt? Ich kenne mich da nicht so aus. Red. Äh, du könntest doch... Sag mal, bist du nicht der vom alten Volk? Ich bin Eris. Warum der? Die, wenn schon. Du könntest dich wenigstens an meinen Namen erinnern. Ich meine, er hat jetzt so oft miteinander zu tun, da kannst du dich auch gerne an ihren Namen erinnern. Ich möchte, dass ihr mir etwas sagt, Professor Wujo. Ich weiß, dass ich vom alten Volk bin. Meine Mutter erzählte es mir. Deine Mutter? Oh, du meinst Inferno. Ach klar, aber an ihren Namen erinnerst du dich. Wie geht's ihr? Sie ist tot. Wisst ihr es denn nicht? Sie ist tot. Ich... Wir haben uns doch im... Was ist denn? Da sind wir von einer anderen Welt. Wir haben uns doch in den Labors getroffen. Ich verstehe. Du verstehst anscheinend gar nichts, Professor Wujo. Ist Genova... Ähm... Jennifer. Hm, ist Jennifer. Nein, ist Genova vom alten Volk? Sephora vom alten Volk? Haben wir alle das gleiche Blut? Ja, so in etwa. Das beschreibt es ganz gut. Ich kenne es so viel mal wieder. Nach Westen. Ah, nach Westen. Er murmelt vor sich hin. Das kann nur bedeuten, etwas zu verbergen. Du kennst den alten Mann anscheinend gut. Red regt sich auf. Hey, antworte mir. Tiefe auf. Es hat keinen Sinn. Es ist zwecklos. Hier ist ein alter, verwirrter Mann. Belassen wir es dabei. Kommen wir da nicht weiter? Na gut. Du bist umringt von armen, jungen Mädchen. Die tun mir richtig leid. Gut. Nach Westen hieß es. Dann speichern wir noch mal. Entschuldigung, Kinders. Aber erst wollte ich gucken, ob wir noch... Ah ne, das war das Schild dafür, richtig? Das hier, wo die Hand jetzt drüber... Das, wo der Finger jetzt drauf zeigt. Das war das, wo wir gerade waren, oder? Ich glaube, da steht auch Sea. Under the Sea. Also das Meer. Under the Sea. Da 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 da. Westen. Ist das jetzt unser richtiges Westen? Oh, da ist das wieder. Warte, wie war das denn beim letzten Mal? Da war... Wo musst du über langen Norden, oder? Norden war da unten. Heißt das, dass die Karte einmal umgedreht ist? Dann müssten wir... ...nach rechts. Macht aber keinen Sinn, da ist keine Stadt. Ich würde sagen, wir gehen entweder nach unten... ...oder nach oben. Äh, also einmal diese Kurve da. Ich zeig's gleich auf der Karte. Wir können nicht immer nur da speichern. Wir speichern jetzt auch mal hier. Wobei vier, glaube ich, der ältere Speicherstand ist. Oh, ist egal. Wie geht's uns? Gut. Haben wir bisher immer nicht bekämpft. Also, auf der Karte, man sieht es nicht. Wir könnten jetzt runtergehen, oder wir könnten... Auf unserer Höhe ungefähr, auch in der Stadt, jetzt links weiter. Da könnten wir auch hin. Oh, da ist noch eine Zunge. Äh... Woher kommen wir da überhaupt? Ah, anscheinend schon. Was bist du denn? Bio bringt... Doch, doch, Bio bringt was. Bist du ein riesen Osterei? Bringt's schon was? Nein, noch nicht. Ah, ein Matschfoschka-Osterei. So in der Nenne gesteckt. Wie witzig ist das denn? Wie kommen wir die verfehlen? Verfehlt das auch? Okay, da reicht schon. Ein Hieb. Silbernes Rad. Okay, die Mehrheit ist... Okay, das war's. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich fand das übrigens mega witzig. Ich hab ja jetzt vom neuen Teil 7 vom Remake die Gamecut-Szenes gesehen. Ich find das übrigens mega witzig, dass... Ähm, wie heißt der? Barrett. In der Szene... Nö, wir kommen da gar nicht her. Also können wir nur nach da oben, wenn's funktioniert. In der Szene im Zug. Genau die, äh, Melodie. Ah, hier ist eine Brücke. Also kommen wir nur da hin, oder? Oder kommen wir nur über Umwege. Darunter. Oh nein, ei! Wir machen alles so wie eben. Und achten auf unsere Gesundheit. Und die Nase. Und jetzt sich wieder auf die Kapp schieben zu müssen. Hallo! Da waren es noch einmal zwei. Hä? Okay. Warum waren die Angriffe auf einmal stärker? Ich versteh' ich nicht. Keine Objekte, aber egal. Ähm. Der müsste jetzt irgendwo hier rein? Kann die Hand mal verschwinden. Ich finde, das nervt total. Hi, alter Mann. Was können wir für sie tun? Ach, ihr könnt mich doch alle machen. Oh, die sind einfach hübsch. Oh, Claude ist im Limit. Dann machen wir mal eben Kray. Na, warst du's mit dir? Ja. Wahrscheinlich sogar Overkill, aber es ist mir egal. Iris ist im Limit. Aber im Moment, einer ihrer Zauber ist unnütz. Ach, einer ihrer Zauber, einer ihrer Limit-Funktionen. Deswegen heben wir uns das auf. So, das müsste es gewesen sein. Oder auch nicht. Jetzt aber. Tschüss. Dadada, dadada, dadada. Hehehe. So, alter Mann. Reden sie mit mir. Hallo? Hallo? Puh. Hey. Sprichst du tatsächlich mit mir? Ja, wieso nicht? Sie sitzen da. Was ist das? Ich bin gerade von einem Typen im schwarzen Umhang vorbeigekommen. Wir gehen in die richtige Richtung. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass es weiterhin gefährlich wird. Aber er hat mich ignoriert. Sehführer. Ich gehe weiter. War da auch so ein Typ mit schwarzem... War da auch so ein Typ mit schwarzem Umhang? Hat er doch gerade gesagt. Oh, ihr hört alle nicht zu. Ähm... Wir gehen mal weiter. Hoch. Mal gucken, wo es lang geht. Ist das ein Reaktor? Wir speichern nochmal. Können wir noch speichern? Scheiße, wir können hier nicht mehr speichern. Warte, wir gehen mal eben zurück. Scheiße, warum können wir nicht speichern? Scheiße. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Die Musik ist schon so düster. Das heißt... Wir treffen gleich auf Sefjord. Ich will nicht auf Sefjord treffen. Oh, wir machen Chocomuck. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Fetter Chocobu? Moment, das ist was... Anderes. Was war das denn? Das kannte ich nicht. Das ist fast genauso geil wie Chocobuck. Wo müssen wir hin? Wo kommen wir nicht hin? Dann gehen wir hier weiter lang. Kommen wir doch runter? Hier... Tun wir. Und wenn wir direkt angegriffen, war ja klar. Was ist das denn? Zeig doch mal bitte, was bist du? Es lohnt sich immer noch nicht für uns, Eris. Es tut mir leid. Ach, Geister! Hui Boys! Ah! Hui Boys, hätte ich fast gesagt. Oh, er bläht sich... Oh! Scheiße, das bringt nichts. Fuck. Ähm... Wieso können wir aus den Angreifen nicht abhauen? Scheiße, die wandern. Müssen Eris ganz dringend heilen. Falls der nochmal hoch geht... Was er garantiert tun wird. Oder auch nicht. Scheiße. Jetzt schleppen wir Cloud mit uns rum. So können wir jetzt endlich speichern. Objekt, oder? Oh, das muss ja immer reichen, wenn wir das bloß Eris machen. Ist halt alles solche... Arschlöcher. Wo geht das hin? Oh, richtig. Och. Keine Geister. Keine Geister. Keine Geister. Was bist du denn? Ja, Eris, hier darfst du dein Limit machen. Stachelhöhle. Oh, Körke. Woher guckt oben? Okay, das machen die so viel schon. Tschüss. Das geht auch noch vom Farben. So wie er, Stachelhöhle. Kannst du das mal sein lassen? Ja, Red, mach deinen hier mit. Kannst du das jetzt mal lassen? Feuer bringt nichts bei ihm. Muss noch was. Ah, okay. Wir können mit Red bald nicht mehr zaubern. Können wir mit Heitrank was bewirken eigentlich? Moment, ich muss das mal eben nachgucken. Okay, das war das Falsche. Ist das Typer? Oh, nicht das richtige Äther? Ah, Äther ist es. Okay. Honey, hunt mal endlich. Kommen wir da nicht hin? Wofür sind wir dann hier? Wofür sind wir dann hier?